Wir gehen ins dritte Achtelfinale beim BVB-Legenden-Derby und das sind unsere Kandidaten. Achtelfinale in dem Legenden-Derby. Hier, Brackela Kirmes. Ich bin wieder dabei und neue Protagonisten habe ich. Hier wird schon fleißig mit den Wellen geübt. Wie stark bist du auf der Kirmes früher gewesen? Sehr stark. Ja, man muss Angst vor mir haben. Da sind wir dann alle mal gespannt. Gregor, war es für dich klar, dass du hier in die Torwart-Fußstapfen quasi trittst? Auf jeden Fall. Ich muss da ein bisschen die Ehre der Torhüter verteidigen. Sehr gut. Wir werden sehen, wie gut das klappt im nächsten Achtelfinale. Ich war selten so nervös. Die Protagonisten wahrscheinlich auch nicht. Deshalb fangen wir einfach gleich an. Ich würde sagen, ihr seid bereit. 3, 2, 1. Lasst den Tisch bitte stehen. Es bringt nichts, wenn ihr auf den Tisch krabbelt. Aber was sehen wir? Ein schönes Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja, Stefan Klos, Michael Zorc, beide vorne. Jetzt zieht der Torwart ein wenig davon. Hier wird zum ersten Mal auch in den Tischen gearbeitet. Das finde ich stark. Im Sport, im Spiel und in der Liebe ist natürlich alles erlaubt. Wir sehen immer noch ein enges Rennen. Michael Zorc, Stefan Klos. Und es könnte jetzt auf einen Fotofinish hinauslaufen. Und... Oh, wer ist es? Wer wird es sein? Es ist der Torwart. Stopp, aus, Ende und vorbei. Das war zum Beispiel Zweiter. Das hast du völlig richtig erkannt, Emre. Wie konntest du das so schnell analysieren? Ja, du hast gesagt, zwei kommen weiter. Ganz genau. Aber der Gewinner? Nein, ich bin auch der Gewinner. Zwei kommen weiter. Da hast du natürlich absolut recht. Trotzdem, dieses individuelle Rennen, Gregor Kobbel, mit Stefan Klos, du hast die Torwart-Ehre, obwohl wir natürlich noch einen da drüben haben, hast du hochgehalten? Auf jeden Fall. Ich habe versucht, hier ein bisschen den Konkurrenten links von mir nebendran zu stören. Habe ab und zu auch ein bisschen die Bälle von ihm genommen. Ich glaube, es war eine gute Taktik. Gute Taktik und es gibt ja hier keine wirklichen Regeln. Deshalb freuen wir uns auf euch beide in der nächsten Runde. Für die anderen zwei ist es an dieser Stelle leider vorbei.